Was funkt denn da? Vor wenigen Wochen verriet Sarah Lombardy, 25, auf Instagram, dass sie einen neuen Partner an ihrer Seite hat, in Form eines Fotos, auf dem sie mit einem unbekannten Mann Händchen hält. Jetzt folgt via Instagram Story ein zweites Liebesfoto. Zu sehen ist wieder, wie Sarah und ihr Freund Händchen halten, doch dieses Mal steckt ihr ein funkelnder Ring am Mittelfinger. Ist das etwa ein Verlobungsring? Zu ihrem Posting schreibt Sarah lediglich, guten Morgen. Erst vor zwei Wochen erzählte Sarah in ihrer Instagram Story, dass sie mit ihrer neuen Liebe total glücklich sei und zu 100% hinter ihrer Beziehung stehe. Kräumte das Paar seine Liebe jetzt etwa mit einer Blitzverlobung? Petro habe Sarah zufolge übrigens von Anfang an über die neue Beziehung Bescheid gewusst. Ich glaube auch, dass er sich sehr für mich gefreut hat, so Sarah. Fakt ist aber auch, Sarah und Petro sind noch immer verheiratet, zumindest auf dem Papier. Mehr Pro-News gibt's auf Bild-Facebook. Jetzt folgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020